Musik Moin, hier ist der Gabriel von NerdArry.de und wir sind beim zweiten PlayTogether. Hallo Tom! Hey! Hey! Und du freust dich, oder? Ja, total! Wir spielen League of Legends unser absolutes Hass-Game. Lieblings-Game. Lieblings-Game, ja, Entschuldigung. Mit Lieblings-Community. Ja. Ich bin gesperrt und im Link sieht man es, man kann nicht da plus drei, fünf Nachrichten schicken. Also Flamers. Das liegt daran, dass ich mir halt nicht so viel gefallen lasse von irgendwelchen Kiddies und, naja, dann anscheinend mal ein bisschen schlecht reported wurde. Klavo! Aber, alles im grünen Bereich. Mal schauen, wir sind, wir spielen ranked. Und, ja, kein Plan. Wir haben eine ganze Weile eigentlich gar nicht gespielt, sondern immer bloß alle vier Wochen. Und, ähm, ja, dann immer bloß ein Match. Und in der letzten Zeit haben wir eigentlich ziemlich gut gewonnen. So dass ich halt jetzt wieder in der Promo bin. Ersten Abend haben wir dann noch eins verloren. Das heißt, wir müssen das gewinnen, Tom. Ja, 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 ja. Wir sind gewinnen, wir sind lustig. Wollen wir mal gucken. Du spielst Lulu. Ja. Ha. Ha. Wusstest du, Funfact, der Timo ist ja mit der Lulu, ne, mit der Tristana zusammen, ne? Ja. Wusstest du, dass die Tristana aber auch was mit dem Six hat? Deswegen hasst Six und Timo sich. War das nicht Rumble? Ne. Oh, doch, das war Rumble, stimmt. Ja, Rumble war das, ja. Mit wem ist Lulu zusammen? Äh, mit niemandem, glaube ich. Na, dann komm mal her. Nein. Zeig dir mal, was richtige Bomben sind. Iiii. Wusstest du, dass man, wenn man F drückt, springen kann? Hm. Bei dir vielleicht. Mir muss man D drücken. Bei mir auch. Ach so. Ja, ich hoffe das schon. Wie meinst du das? Oh, ich darf gegen den Fiss spielen. Meine Lust ist begrenzt, aber... Ach. Es sollte trotzdem machbar sein. Skill Award Champion, ne? Los, los! Hm. Also wird's eng. Haha. Okay, der ist AFK oder so. Ist mir aber egal. Auch wenn das jetzt echt lame ist und wir das auch noch aufnehmen, aber... Who cares, oder? Ja. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Ja, anscheinend ist Fiss AFK, weil Pantheon gerade hier am Start so war und umgechippelt ist. Hä? Wie wieder? War nicht da, ist Pantheon wieder? Ach so. Ach, war Fiss aber wieder da, oder was? Doch, den hab ich aber getötet und war irgendwie AFK schien. Die Lotte brennt, die Lotte brennt! Das wird hochgehen! Die Lotte brennt! Ungeduldig? Ich bin nicht ungeduldig! Ich könnte ihn stellen, weil er ist schlecht im Bastaten. Hm. Ich bin schon unterwegs. Läuft es bei euch unten? Eigentlich ganz gut. Ah! Ah! So, Pantheon hat sich zeigen lassen mal wieder. Dann gehe ich erstmal zurück. Nein! Nein, wieso? Nein! Warum? Was macht sie? Warum läuft sie nicht? Ach, Mensch! Brum, brum! Na komm schon, los, los! Brum, brum! Hm. Oh, Beatrice hat er gekriegt. Scheiße! Nein! Ich mach den Tower schnell platten, dann komm ich runter. Ja! 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 Ich kuck mal weg! Windisch, die wegs. Gut. Ich werd es verraten. Ich bin nicht sci-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi. Die muss doch was machen, Mensch. Die Jinks gefällt mir nicht. Ich bin bescheuert. Komm trotzdem jetzt mal runter. Oh mein Gott. Ist er geworden? Ich glaube nicht. Dürft mich nie sehen, ne? Hätte ich nie. Aber hier, der Busch ist geworden. Richard, wo du bist. Ja. Oops. What the fuck. Sehr gut. Oh, Fiss ist da. Seid ihr gestorben? Ja. Ja. Beide? Ja. Der hat euch getötet? Das ist Sana. Okay. Bitte. Der hat ja auch vielleicht eine Ahnung. Lassen wir's krachen! Der Level 2, Fiss. Ja. Richtig hart. Das ist so... Der ist so... płachen. Hahahaha. Was macht ihr denn? Scheiße Ja Hat einer ein Streichholz? Der Hetzschuhwert ist aber auch schlecht, ey. Geduldig. Das wird hochgehen. Oh Mann. Was ist los? Wie meinst du das? Das sieht nicht sicher aus. Ich hab keine Ahnung. War halt gerade ungünstig. Ich will langsam jetzt den Break machen. Wird passieren. Jetzt lassen wir's krachen. Was auf Panthea notet. Weil es zahlt. Oh. 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 Machen wir. Wird er da unten nehmen? Ne, ne. Oh. 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 Mann, die Jinx ist schon wieder tot. Oh. 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 Wir übernehmen das! Und so pushen wir jetzt mal in die Mitte durch. Jinx geht auch mit. Geht doch nicht! Klavo! Hehehe! Hey, wo ist die Bombe hin? Ja! Das wird hochgehen! Klavo! Hehehe! Wie weißt du das? Das sieht nicht sicher aus! Schubert kommt runter. Hehehehehe! Yeah! Hehehehe! Hat eine Anstrengung! Scheiß! Hehehe! Ungeduldig? Ich bin nicht ungeduldig! Keine Sorge! Ich übernehme das! Hast du Teamfighter? Oh, wo du saß jetzt? Oh! Der funktioniert! Das wird Warte, warte, echt? Okay Ja Jetzt jetzt mehr zu viel verlangen Hat einer ein Streissholz! Oh jetzt nicht Vielleicht wird das jetzt nicht zu viel verlangen Hahahaha 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 Ich kann nicht schreiben. Ach nee, was wacht ich? Ich bin gestorben. Nein. Nein. Lassen wir es krachen. Cool, läuft doch. Hm. Wie hießen denn diese Homefront Boots? Home Guard Boots. Wie hießen die in Deutsch Heimbacht, ne? Ja. Das letzte. Na komm schon los, los! Ja. Homefront Boots. Ja, ich dachte Homefront. Ja, es läuft, ist besser. Aber wenn die uns einmal aßen, sind sie wieder ran. Von der müssen wir aufpassen. Ja. Keine Sorge, ich übernehme. Na ja, ich mach jetzt in auf zweiten AP Carry. Läuft schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh je. Ohohohoho. 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 Not even close, baby. Aber jetzt weggehen. Mas eben ... Wie DC Uhr. Ah. Ohohohoho. woooaah ich war um den Kassmittel zu spät, das ist der Tauer schon fast weg Pass auf dich auf bitte Ja Schreib mal bitte, dass wir uns zusammen kerupen sollen Oh Gott, schreiben ist schwierig Ah, so Schreib noch mal Ormit Ah, genau Ormit, das ist da noch verschwunden Wir werden schon weggehen, wenn wir einen Tauer sind in der Mitte Ne, eben nicht Keine Sorge, ich übernehme das Schütze ich Schorbert Was ist da anders hier? Hm Ja Geil Geil Bye. Rettet mich. War dabei. Ziemlich viel Schüsselfehler, die hier passieren. Ah ja. Aber... An sich voll machbar. Wie meinst du das? Das sieht nicht sicher aus. Oh, was macht denn die Dings? Oh je, Gabi. Nein! Oh, fuck, ich dachte ich krieg den wenigstens. Naja, hätte ich nicht machen sollen. Ich war leicht dumm. Was macht denn da umgeselterin? Oh ja. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Aber... Keine Sons. Ich übernehm das. Schaffen wir Drake alleine? Ah, ne, natürlich. 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 wird ihr genau die hier durch auch die Becker johann Leute machen das Schwergenau sind kann man schon lange genau in den Seinen Hochschleidern drin, oder? Eigentlich schon, ja. Das sieht nicht sicher aus! Hochschleidern, los, los! Let's see! Hehehehehe, yeah! Und... Aaaaach! Aaaaach! Jinx, komm, ey! Was soll ich denn machen? Nee, davor schon! Haben doch irgendwie kein Damage! Quadrar, klasse! What did you do? Ich... Oh... so hat eine anstreichholz Lassen wir's krachen! Klavo! Oh, 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 oh... Ungeduldig? Ich bin nicht ungeduldig! Kannst du beim Nasher an Bord herstellen? Oh... Hey! Lass die Bombe hin! Lassen wir's krachen! Lassen wir's krachen! Das war gut! Ja! Bekta, was machen die denn? Wie meinst du das? Das sieht nicht sicher aus! Was macht die denn?! Jetzt haben wir's Barron tanken! Na, ich dachte eigentlich Schogart kommt mit! Was macht die denn?! Was macht die denn? das sieht nach einem Wind aus. Ja. Es ist eigentlich passiert noch irgendwas Schlimmes. Brum Brum! Jinx hat erst 3 Items. WTF? Was? Jinx hat erst 3 Items. Und gleich stirbt sie. Doch, ne. Hey, wo ist die Bombe hin? Hey, wo ist die Bombe hin? Oh Gott. Deutsch ist das erschrecklich. Wie ist das in Englisch? Ungeduldig? Ja, sie haben sich durch den Spiel nicht besser an. All of us go, push him out. Wollte die auch gerade machen. Let's see! Keine Sorge, ich übernehme das. Was ist denn das für eine blöde Aussage? Klar können wir die trotzdem mit ein Inhibitor Plus. Eigentlich schon. Eyyy. Dieser scheiß Morgana-Kack. Was ist das für eine blöde Aussage? Ja. Das ist es für eine blöde Aussage. Ich bin der Mann. Was ist das für eine blöde Aussage? Das war das für eine blöde Aussage. Ja. Wie ist das für eine blöde Aussage? Ich bin der Mann. Ja. Ich bin der Mann. Ja. 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 Mach weiter Jinx! Also die Jinx hat in den ganzen Teamfight zwei Schüsse gemacht, ne? Wow, um Gottes Willen, ey. Na, lass mich leben, ey. Alter, brauchst du mich jetzt eh. Ja, sehr schön, war doch ein nettes Spielchen. Ja, würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen beim zweiten Mal, lasst uns ein Like, da einen Kommentar, vielleicht auch einen Wunsch, was ihr vielleicht mal gern sehen würdet von uns beiden, Entertainment-Bomben, nackte Haut, vielleicht, wer weiß. Alles klar, in diesem Sinne, ciao. Tschüss.